Hallo, was haben wir uns gequält mit Plus und Minus? Aber jetzt werden wir entschädigt bei den Malaufgaben. Brüche multiplizieren, das geht ziemlich einfach. Wir gucken uns jetzt mal eine Beispielaufgabe an. 3 Achtel mal 4 Fünftel. Wir schreiben einen großen Bruchstrich. Erster Bruch 3 Achtel, zweiter Bruch 4 Fünftel, mal Pünktchen dazwischen. Und dann heißt es einfach, Zähler mal Zähler, also 3 mal 4 ist 12, und Nenner mal Nenner, 8 mal 5 ist 40. Fertig. Naja, fast. Noch nicht unterstreichen, wir müssen mal gucken, kann da vielleicht was gekürzt werden. Klar, beide Zahlen gehen durch 4, also 12 durch 4 ist 3, 40 durch 4 ist 10. Ordentlich hinschreiben, 3 Zehntel. Jetzt haben wir es fertig. So, Merk-Satz. Brüche multiplizieren. Es gilt, Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Nur eben das Kürzen nicht vergessen. Eine zweite Variante von der gleichen Aufgabe. Ich schreibe den ganzen Spaß wieder auf den großen Bruchstrich. Bevor ich aber Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner rechne, gucke ich mal, ob da was zu kürzen geht. Klar, 4 und 8 kann ich kürzen. Also, 4 durch 4 ist 1, 8 durch 4 ist 2. Jetzt rechne ich nur noch 3 mal 1 ist 3, 2 mal 5 ist 10. Okay, fertig. So, das war die ganze Kunst des Brüchemultiplizierens. Und weil das so einfach geht, das Dividieren, das Teilen gleich noch hinten dran. Beispielaufgabe, 1 Achtel geteilt durch 5 Sechstel. So, großer Bruchstrich, 1 Achtel. Und jetzt aufpassen, wenn es geteilt heißt, dann nehme ich den zweiten Bruch auf den Korb. Also, ich multipliziere mit dem Kehrwert. 6 Fünftel. So, und dann geht alles wie gewohnt. 1 mal 6 ist 6, 8 mal 5 sind 40. Nee, 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 noch nicht unterstreichen, erst kürzen. Beide Zahlen gehen durch 2, also 6 durch 2 ist 3, 40 durch 2 ist 20. Jetzt ordentlich hinschreiben und dann sind wir auch wirklich fertig. So läuft das. Merkriege, Dividieren von Brüchen. Der erste Bruch wird mit dem Kehrwert des zweiten mal genommen. Und das kürzen eben nicht vergessen. Nochmal, dieser gleiche Bruch, diese gleiche Aufgabe, aber großer Bruchstrich. Und jetzt gleich kürzen, spart mir die großen Zahlen. Also, ich gucke, kann ich hier irgendwas kürzen? Klar, 6 und 8 gehen beide durch 2. Also, 6 durch 2 ist 3. 8 durch 2 ist die 4. Und jetzt rechne ich 1 mal 3, habe ich die 3. Und 4 mal 5, bin ich gleich bei der 20. So, ich spare mir also Rechnen mit großen Zahlen, wenn ich schon auf dem langen Bruchstrich kürze, was das Zeug hält. Ergebnis 3, 20. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.